es gibt serien die kommen und gehen und dann gibt es gute zeiten schlechte zeiten seit 1992 hält die rtl soap die zuschauer in atem und zwei gesichter sind seit 2004 fest mit ihr verbunden anementen und jörn schlöhnfugt zum 20 jährigen jubiläum blicken die beiden auf ihre zeit als emily und philipp zurück und nehmen uns mit auf eine emotionale reise durch zwei jahrzehnte voller höhen und tiefen es ist ein unglaubliches gefühl schon so lange teil von gute zeiten schlechte zeiten zu sein schwärmt schlöhnfugt im rtl interview für ihn und seine kollegin menden ist die gzsz crew längst zur zweiten familie geworden sas jubiläum ist ein meilenstein in meiner karriere und in meinem leben fügt menden hinzu gzs z stars schwelgen in erinnerung tausende szenen haben die beiden gedreht doch eine bleibt schlöhnfugt besonders im gedächtnis der serientod von verena gespielt von susan sideropoulos diese storyline sei emotional unglaublich anspruchsvoll für den darsteller gewesen die szenen haben mich auch privat sehr bewegt weil ich den schmerz und den verlust so realistisch wie möglich darstellen wollte plus 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 auch spannend gzs z star seine ex macht es offiziell sie ist mit einem mega star zusammen plus 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 für annie menden bleibt die allererste szene unvergesslich gedreht an ihrem 18 geburtstag ich war unglaublich nervös aber auch voller vorfreude auch nach all den jahren erinnere ich mich noch genau daran wie ich mich gefühlt habe das adrenalin und die aufregung erinnert sich die schauspielerin trotz der langen zeit bei gzs z denken menden und schlöhnfugt nicht ans aufhören solange es spannend bleibt und ich das gefühl habe dass philipp noch eine geschichte zu erzählen hat werde ich dabei bleiben betont schlöhnfugt menden sieht das ähnlich solange das publikum und die autoren auch an neuen entwicklungen interessiert sind sehe ich keinen grund aufzuhören bei gzs z möchte und werde ich in rente gehen bis jetzt bis jetzt abonniere ich mich auch abonniere ich mich sehr wenn ich mir meine ich in 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 in